Es ist die große Trump-Party. Der US-Präsident lässt sich feiern. Unter den Augen seiner vier in Stein gemeißelten Vorgänger am Mount Rushmore. Und 7500 Anhänger feiern mit, dicht gedrängt und meist ohne Mutschuss. Trump und seine Unterstützer ignorieren die Pandemie. Stattdessen wettert der Präsident gegen die Menschen, die seit Wochen gegen Rassismus und für mehr Bürgerrechte auf die Straßen gehen, wirft ihnen Gewaltverbrechen vor, spricht von einem wütenden Mob. Ihr Ziel ist nicht ein besseres Amerika. Ihr Ziel ist es, Amerika zu zerstören. Aber wie schon in den Jahrhunderten zuvor, die Amerikaner werden ihnen im Weg stehen. Und wir werden gewinnen, schnell und mit großer Wüte. Doch das Land versinkt gerade wieder im Corona-Chaos. Jeden Tag gibt es neue Rekordwerte bei den Neuansteckungen. Mehr als 57.000 an einem Tag waren es zuletzt. In 37 Bundesstaaten steigen die Zahlen wieder. Um das Virus einzudämmen, hat Texas eine Maskenpflicht eingeführt. In Miami wurden Strände gesperrt. Ein Arzt aus Arizona schlägt Alarm. 20-, 30- und 40-Jährige kommen. Sie landen hier bei uns auf der Intensivstation. Häufiger als Menschen in den 70ern oder 80ern. Ich sehe immer mehr von diesen jungen Leuten im Krankenhaus im Vergleich noch zu vor einem Monat. Viele fürchten am Unabhängigkeitstag große Partys mit tausenden Menschen. Mit einem Präsidenten, der es ablehnt, Maske zu tragen, würde das nicht überraschen. Ich sehe immer mehr von den Neuansteckungen.